Normalerweise weiß ich vor einem Video ganz genau, welche Zutaten und welche Zubereitungsart ich euch für einen Drink empfehlen möchte. Beim Gimlet weiß ich es jetzt noch nicht. Trotzdem machen wir den gleich in diesem Video. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und bevor wir gleich zu meinem persönlichen Dilemma mit dem Gimlet kommen, möchte ich euch ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Was wäre die Cocktailwelt ohne die Vitamin-C-Mangel-Erkrankung Skobut? Vermutlich wäre sie um die Cocktail-Kategorie der Sours ärmer. Denn auf Kriegsschiffen und auch auf Handelsschiffen war es üblich, dass man, um diese Erkrankung zu bekämpfen, Zitrusfrüchte zu sich genommen hat und gerade bei Limetten und Zitronen sind die pur in der Regel eben nicht zu ertragen. Das habt ihr schon in vielen anderen meiner Videos gehört und deshalb wurden sie eben in der Regel mit einer Spirituose, die generell das Leben auf dem Schiff erträglicher gemacht hat und Zucker gemischt und dann konsumiert. Und so ist die heutige Kategorie der Sours höchstwahrscheinlich mindestens auch auf Schiffen der britischen Marine entstanden. Der Gimlet war so etwas wie die Offizierskur gegen Skobut, denn die normalen Matrosen haben üblicherweise Rum bekommen, der auf den Überseefahrten eben vor Ort geladen werden konnte, während aus England für die Offiziere Gin mit an Bord war. Und so hat angeblich, und so sagt es zumindest die Website der britischen Royal Navy, Ende des 19. Jahrhunderts der damals ranghöchste Militärarzt der Briten, Rear Admiral Sir Thomas Gimlet Gin mit Limejuice Cordial gemixt und das den Offizieren zu trinken gegeben. Limejuice Cordial wurde 1867 vom Schotten Lachlan Rose erfunden, der herausgefunden hatte, dass man Limettensaft mit Zucker konservieren, haltbar machen konnte. Und so wurde das dann eben auf den Schiffen der britischen Marine mitgeführt. Ja, und daraus ist der heute bekannte Roses Limejuice Cordial entstanden, den man, wenn auch in einer anderen Rezeptur, heute noch kaufen kann. Der Gimlet als Cocktail war außerhalb Englands lange Zeit bedeutungslos, bis er in den 1920ern in einem Cocktailbuch namens The ABC of Mixing Cocktails von Harry McEllohan aufgeführt wurde, damals mit einem Mischungsverhältnis von zwei Teilen Gin und einem Teil Limejuice Cordial und damals auch noch geschakt. 1930 wurde er dann im Savoy Cocktailbuch erwähnt mit einem 1 zu 1 Verhältnis und hier gerührt. Ihr seht also, auch hier gibt es wieder zum Mischungsverhältnis und zur Zubereitungsart unterschiedliche Angaben. Heute wird der Gimlet in der Regel mit so einem industriellen Cordial zubereitet und dann auch im Rührglas auf Eis gerührt, denn man möchte diesen clean, sauberen Look erzielen und wenn man shakt, dann mischt man Luft unter, es bilden sich Blasen und der Drink würde trüb. So, und jetzt habt ihr schon gehört, der Gimlet besteht also eben aus Gin und Limejuice Cordial. Limejuice Cordial wiederum besteht aus Limettensaft und Zucker. Ist der Gimlet also ein Gin Sour? Nein, ist er nicht. Und genau da beginnt mein persönliches Dilemma. Denn heute ist Limejuice Cordial eben nicht mehr nur Saft und Wasser und Zucker, sondern da sind Aromastoffe drin, da sind Konservierungsstoffe drin und das verleiht diesen Limejuice Cordials einfach einen ganz bestimmten Geschmack. Das ist nicht das, was wir heute von einem schönen Cocktail wollen. Wir wollen frische Zutaten. Aber wenn wir einen Gimlet bestellen, dann erwarten wir diesen speziellen Cordial Geschmack und auch diese Optik, diese klare Optik des Drinks. Und wenn ich einfach nur Gin, Limettensaft und Zuckersirup mixe, dann habe ich einen leckeren Drink, da habe ich einen schönen Gin Sour, aber ich habe eben nicht das, was ich erwarte, was Gäste erwarten, wenn sie einen Gimlet bestellen. Wir halten also fest, der Gimlet ist kein Gin Sour und um ein Gimlet zu sein, brauchen wir ein Cordial. Zu welcher Kategorie gehört der Gimlet jetzt, wenn er kein Sour ist? Er hat keine Kategorie. Es gibt keine Kategorie, zu der man ihn zuordnen kann. Jess Regan hat mal geschrieben, das sind die weisen Kinder der Cocktails und ein solches ist dann eben auch der Gimlet. Mir persönlich schmeckt der Gimlet mit so einem industriellen Cordial eigentlich ganz gut, weil es wie gesagt, das ist, was ich erwarte. Ich persönlich bevorzuge den Monat, weil der nicht ganz so bitter ist wie das Produkt von Roses. Aber naja, ich habe mich auf der Suche nach der idealen Kombination aus typischem Gimlet-Geschmack und frischen Zutaten daran gewagt, mein eigenes Cordial herzustellen. Ich habe dazu das Rezept von Jeffrey Morgenthaler verwendet. Ganz einfache Rezeptur, Limettenabrieb, also die Schale einer Limette gerieben, Limettensaft, Zitronensäure, Zucker und Wasser. Das in den Mixer, 30 Sekunden mixen und abseien, in die Flasche abfüllen. Dann habt ihr euer eigenes Cordial hergestellt. Was ihr schon seht, das Cordial ist grünlich, gelblich, aber es ist trüb. Es ist nicht klar, wie eben zum Beispiel, ich drehe das hier mal, dass ihr es sehen könnt, wie das Produkt hier von Monat. Das heißt, wir werden hoffentlich den typischen Gimlet-Geschmack erzeugen. Was wir aber mit dieser Variante nicht erreichen werden, ist diese ganz klare Flüssigkeit mit diesem leichten Grünstich, die ein normaler Gimlet eben mit so einem Produkt hat. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich werde den Gimlet rühren, auch wenn mein Cordial nicht ganz klar ist. Glaube ich trotzdem, dass wir dadurch eine schönere Präsentation einfach hinbekommen, als wenn wir es shaken. Wir beginnen mit unserem Cordial und wir nehmen 2,5 CL davon. Und von unserem Gin, da solltet ihr für einen Gimlet einen Wacholder-lastigen oder zitronenlastigen Gin nehmen. Ich finde der Tanqueray 10 ist dein ideales Produkt. Und davon nehmen wir 6 Zettel. Ihr seht, das ist ein 2-Zutaten-Drink. Dementsprechend macht die Qualität der Produkte natürlich eine Menge aus. Dementsprechend wird der Eigengeschmack dieses Cordial jetzt auch eine Menge ausmachen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, jetzt brauchen wir unser Rühreis. Jetzt rühren wir den Drink kalt, bis das Glas außen auch wirklich richtig schön kalt ist mit dem Barlöffel. Wir rühren da nicht wild drin rum. Man lässt den Barlöffel außen am Glas entlang gleiten und rührt so den Drink kalt. Und man gibt dem Ganzen so 70 bis 100 Stills. Muss dann nicht mitzählen. Wie gesagt, wenn das Rührglas außen kalt wird, schön kalt ist, dann ist es die Flüssigkeit im Inneren auch. So, ich würde sagen, das genügt. Wir schnappen uns unseren Strainer. Wir schnappen uns unser Cocktailglas. Und geben unseren Gimlet hier rein. So, als Deko habe ich hier eine kleine getrocknete Limettenscheibe vorbereitet, die wir hier außen ins Glas klemmen können. Und weil ich einfach auf die Aromatik von Limettenöl stehe und ich finde, dass es zum Gimlet einfach sehr gut dazu passt, schneiden wir uns jetzt von einer frischen Limette. Ne, damit wird das nichts. Dann nehmen wir uns ein Messer. Schneiden uns hier... Die will irgendwie heute nicht. Schneiden uns hier eine Zeste runter. Ja, so sieht das aus. Und geben die Öle noch über unseren Drink. So. Und dann habt ihr hier einen Gimlet, der jetzt hoffentlich der köstliche Kompromiss aus dem erwarteten Geschmack mit eben frischen Zutaten, mit einem frischen Cordial ist. und wo wir gewisse Abstriche eben in der Optik machen müssen. Ich finde, er ist wunderschön, aber er hat eben nicht die erwartete Optik, weil die erwartete Optik, sagte ich ja schon, ist ein klarer Drink mit einem leichten Grünstich. Wir haben hier eine Trübung. Aber wir haben auf jeden Fall einen Drink mit frischen, tollen Zutaten. Jetzt probieren wir mal. Ja. Ja, also das schmeckt nicht wie ein Gin Sour. Das selbstgemachte Cordial bringt dieses Cordial Aroma da rein. Das trifft die Erwartung. Hätte ich das mit verbundenen Augen probiert, dann hätte ich gesagt, genauso stelle ich mir einen richtig guten Gimlet vor. Das ist genau die Aromatik, die man haben will. Wie gesagt, die Optik ist etwas anders. Besser schmecken tut er auf jeden Fall. Man könnte die Optik vielleicht sogar noch erreichen, indem man das Cordial anders filtert. Ich habe es jetzt durch einen Feinstrainer, vielleicht eine Filtration mit Milch. Dann kriegt man vielleicht auch noch die erwartete Optik hin. Vielleicht probiere ich das mal aus. Dann würde ich euch dazu noch ein Video machen. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Dann freue ich mich über ein Like, ein Abo des Kanals, eine Aktivierung der Glocke. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke euch. Bis dann. Ciao. Ciao.